wie ich bin aber ja das sollte so sein so quatsch die zweite truße an dem erfolge gewesen nun 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 egal bei euch noch mal ein paar tun ein paar tun so jetzt aber passt ich muss euch aber ich glaube nämlich auch ich habe ein paar tuner umstehen ich muss einfach noch mal zurücklaufen zu meinem häuschen ich weiß es nicht ja nee die truhe da die bleibt erst mal leer ja es bleiben sogar quasi zwei übrig die ich ja noch die vornehmen klatschen kann oder so oder hierhin also viel übrig bleiben sogar klar welchen fehler ich mal wieder blöd so schilder was kommt wohin erstmal jetzt würde ich sagen kommt hier holz hin ich jetzt hier einfach holz habe ich ja beim anderen gemacht hätte ich einfach hier dann die vier holz ja doch mal so so passt dann haben wir hier sechs für holz werde ich zwar vorher erst nicht so dringend brauchen den klar okay ich habe hier werde ich auch wieder die kombination mit kies und mob zeug sein kommt hier auch wohl da schon mob zeug hier kommt leben und da was könnte kein leben ist dann kommt da die sand und dann stehe ich gern wieder übereinander also sand obwohl ich hab mal sand stein rein und dann kommt hier kommt sand und da kommt glas so könnte man das machen so und dann kommt hier hinten thema reicht das ich frau mich gerade ob das für mob zeugs und kies reicht ich bin nicht ganz sicher aber hier habe ich ja nicht so eine monster falle wie in meinem anderen häuschen da ist dann ich habe stehen nicht ganz so viel dropp kacke Aber ok, so, ähm... Oh, Redsum muss ich noch unterbringen, auf jeden Fall. Meine Keys nehmen wir schon mal mit. Ich sehe, hieß hier noch mehr Keys, ja. Hier doch bestimmt auch noch. Was ist das da? Das ist Wolle, gut. Stimmt, ich hab mal überlegt, wofür hab ich die weiße Wolle gebraucht. Äh, dafür. So, nehmen wir schon mal Glas noch mit. Ähm, warte mal, das gehört ja auch noch zum Keys. Das kommt einfach mit da rein. Meine Güte auch schon wieder eine ganze Menge. So, hab ich das Wort gefunden. So, den Sand krieg ich jetzt dann nicht mehr rein, was ich auch noch vorhatte. Aber ich hab ja noch mehr Glas gehabt, als er wartet. Die trug kann ich wieder nicht mitnehmen. Oh, ist das ärgerlich. Nein, gerade. Beim nächsten Mal. Ganz bestimmt. Und die Öfen, die werde ich vorerst nochmal da stehen lassen. Bestimmt Kohle und sowas alles. Ah, jetzt kommt die Erinnerung, was noch alles mit muss. So, hier kommt Kies hin. Und Mobzugs. Gehre ich schon mal die Federn los. Äh, Glas. Und Sand habe ich gerade nicht mit. Gut. Dann soviel dazu. Und hier noch eine Fackel hin. Yeah. Sie hat gerade vollgebracht, hier eine Fackel da zu setzen. Durchaus, ne? Durchaus. Oh, in meiner Mühle ist nichts mehr. Das ist schon sehr schön. Keine Viechers mehr. Ich hab und zu zwischendurch da gesehen hatte. So, die Truhe haben wir erst so mit. So, ich will jetzt Sand mitnehmen. Und nehmen wir schon mal Mobzeugs mit. Eine Güte habe ich viele Fäden. Daraus kannst du immerhin auch noch Dingses machen, ne? Oh, die Pflanze brauchen wir bloß noch da. Nehmen wir gleich noch die Truhe mit. Äh, die Fäden aus. Kannst du auch noch Wolle machen, zur Not. Das ist ja auch ganz praktisch. Das brauche ich. Ja, und... Keine Ahnung. Das alles so werde ich dann zu... Baumaterialien. Keine Ahnung, wie nenne ich das dann? Zeugzeit, keine Ahnung. So. Aber erstmal brauche ich gleich wieder Truhen. Denn ich habe jetzt, äh... Zwar noch viel, was ich unterbringen muss. Aber die Truhen hier sind ja, so gesehen, leer. Aber besitzt. Aber, ne? So. Ähm. Samt. War es das dazu? Ja, gut. Äh, die Truhe dahin und... Hier hin. Hier ans Ende könnte ich eigentlich Redstone packen. Dann packen wir mal hier ein paar Redstone hin. Schau, dass man Schilder nicht mittig packen kann. Äh, Redstone. Stone. Redstone, so. Ja, das Schild ist jetzt nicht allzu schön hier angebracht, aber... Ist halt so, ne? Kannst du nicht ändern. Ich könnte natürlich auch einfach überall, ähm... Dingsens hin machen, einen Rahmen. Aber warum bräuchte ich so viel Leder? Ja, ne, 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 ne. Nehmen wir jetzt das ganze Redstone mit. Pflanzen muss ich auch noch mal unterbringen, aber ja, sind halt Pflanzen, ne? Ich sortier erst mal hier alles zusammen in eine Truhe. Die Wolle. Ja gut, die Wolle packe ich erst mal in die... ...andere Kiste. Äh, bei den Schafen. Ich erst mal alle Wolle hin. Das ist dann am einfachsten. So, Rinder. Dann schnell das Redstone wegwerfen und dann den Rest Kisten hinpacken. Gucken, was kann ich denn noch... Hm, warum fehlt die Kiste erst mal? Ist mir just wieder eingefallen. Ah, jetzt habe ich nicht alle Pflanzen rausgepackt. Egal. So, dann gucke ich mal. Eigentlich könnte ich hier vorne... ...mache ich, glaube ich, Essen hin. Und Esszeug, das weiß ich gar nicht genau. Essen einfach. Essen. Done. Dann könnt ihr da hinten... Ja, packt ihr hier hinten einfach Pflanzen rein. Dann kommt dann Samen und Pflanzen und alles rein. Äh. Pflanzen. Einfach, damit ich hier nichts mehr... ...damit ich hier jetzt erst mal loswerde. Dann kann ich die erst mal auch schon alle holen. Sesslinge werde ich... ...wahrscheinlich dann eher zum Holz packen, oder? Oder mache ich dann auch noch extra Tour? Muss ich mal gucken. Ich werde hier auf der zweiten Etage wahrscheinlich auch noch ein paar Tungen bauen. Also, auf dem Dachboden quasi. Da muss ich mal gucken. Oh, da sind... Alter, wie viele Samenblumen habe ich denn? Über ans Deck. Sehr heftig. Na gut, bei dem Abgrasen da hinten ist schon einiges zusammengekommen. So. Oh, hier ist sogar noch was. Ja, ich wusste doch, ich habe Labes-Lazulie gefunden. Geil. Jetzt habe ich allerdings einen Zettel, wo die Namen draufstehen. Den habe ich, glaube ich, verballert. Ähm... Aber ich denke mal, ich werde trotzdem den einen Block da noch hin machen. Und vielleicht habe ich noch... Ich glaube, ich habe keine Glowstones mehr, oder? Ich glaube, das ist ärgerlich. Ähm... Hätte, kack. Ach, Akazien-Sens. Ja, den packe ich einfach mal hier zum Holz. Ja, machen wir einfach hier Akazien-Holz-Sens auf. Fertig. Beschlossene Sache. Äh, Redstone habe ich auch noch zwei. Nein. So. Soviel dazu. Ähm... Fressen haben wir da vorne in der Kiste. Ähm... Äh, Alter. Ich habe echt Probleme. Warte mal, mach mal. Ähm... Ähm... Und Gold. So. Wunderprächtig. Und dann kommt da oben, kommt da... Ähm... Äh... Da kommt Kohle hin. Äh... Und was packen wir da hin? Eisen, Gold, Kohle... Dann kommt da Wertstoffe. Boah, es passt sogar noch hin. Also da packe ich dann hier Lapis Lazuli und sowas alles rein. Finde ich jetzt so geplant. Und äh... Emeralds und so habe ich hier eine Truhe. Also ich werde mir dann gerade nur Lapis Lazuli ändern. Hätte ich einfach nur Lapis Lazuli-Kiste machen können. Egal. Egal. So. Hier sind keine Truhen mehr drin. Nehmen wir erstmal alles mit. Erstmal alles mit und das werden wir schon irgendwie unterbringen. Ja, Werkstoffe brauche ich auch noch oder... Äh... Ja, Baumanträgerin kann man das nicht... Wie heißt das denn? Es fällt mir gerade nicht ein. Ich nenne es einfach Werkstoffe. Werkstoffe und Werkstoffe. Ich weiß nicht, dass ich ja dann durcheinander komme. Uiuiuiui. So, Truhen. Hier kommt erstmal das Eisen rein. Äh, hier kommt das Lapis Lazuli. Und äh... Für die Werkstoffe, da kann man gut und gerne... Äh... So viele hier nehmen. Stimmt, Waffen und Rüstung brauche ich auch noch alles. Ähm... Aber erstmal brauche ich Truhen. Zwei Truhen, wenn ja so... Quatsch, zwei Truhen reichen ja gar nicht. Machen wir mal so. Machen wir mal zehn Truhen. Das sind jetzt auch nicht die Welt, aber sollten erstmal... Für das Gröbste reichen. Erstmal hier für die Kohle. Muss einfach so. Ah, passt doch. So, Werkstoffe wären dann zum Beispiel... Leitern, Eimer, Sticks. Und sowas. Und hier sowas alles. Ja, keine Ahnung. Werkstoffe sind schlechter Name dafür. Vielleicht fänden wir auch noch was Besseres ein. Nachdem ich pennen war. Schlaufe ich erstmal eine Nacht drüber. So, und dann gucken wir mal. Ähm... Baddam, wie heißt das denn? Wie will es partout nicht einfallen? Aber es gibt dann einen bestimmten coolen Namen für. Den ich auch eigentlich weiß. Nur gerade eben nicht. Buchquatsch. Weil... Boah, jetzt bin ich hier in der Ecke gewesen. Fang, ne. Fang. Ach ja, ähm... Die sind fertig. Ähm... Ich brauche noch viel mehr Truhen. Ich glaube, ich brauche erstmal ein paar Truhen. Ich habe mir ein paar Bäumchen gewachsen. Jawoll. Das ist doch sehr schön. Obwohl, ich glaube, ich werde dann erstmal... Warte mal, warte mal. So. Lehm ist dann was alles damit dazugehört. Also Lehm, Brantizil und sowas alles. Dann kommen hier erstmal die V37 da rein. Dann haben wir das Akazienholz. Dann kommt hier einfach mal das Truhenholz hin. Ich hätte gern in der Hand das und das. Und dann... Viel wird jetzt hier nicht überall rumkommen. Weil ich ja nicht mehr so viel hab. Logischerweise, aber egal. Warte mal, mach ich erstmal diesen hier fertig. Also wenigstens die Reihe und dann gucke ich mal. Dann gucke ich mal. Knack. Aber ich wollte springen und sprinten. So. Das heißt also... Das muss dann hier so... Nicht wahr. So war das. Bin ich mir fast sicher. Das es so gewesen sein könnte. Unter Umständen. Das war beides mal 1 zu 4. Aha. Vorsichtig. Die Blöcke gehen schnell put. Gut. Und dann hier noch was hin. Meine Güte. Das ist immer so eine Fummelarbeit alles. Das ist bei Minecraft eigentlich meistens auch so, wenn man stupide einfach nur eine Wand hochzieht. Und das ist einfach nur stupide Arbeit. Das ist das.